so leute tag 9 ich begutachte gerade den weg ich bin am arsch der welt etwas über ja knappe 230 kilometer jetzt gefahren ich bin wirklich am arsch der welt aber schauen mal was mich da gleich erwartet ich bin nicht stecken geblieben beziehungsweise mein auto ich bin da und jetzt gehen wir mal da rein ja ich bin angekommen erste amtshandlung ich habe leckeren riesengroßen cappuccino empfang genommen ja und danke klaus ja gerne schön immer schauen wir mal was heute so abgeht und morgen auf der heimfahrt sage ich jetzt gleich gibt es noch mal ein teil und den habe ich auch noch gleich gekriegt wir haben nicht gerade noch was gegrillt gehabt und der muss ja irgendwo weg ich kann ja nicht alles alleine essen auch wenn es bei mir nicht ansetzt aber ich dachte mal der wird mich ja ganz so vertragen also wie gesagt auf der heimfahrt gibt es noch mal ein extra video mit endfazit von der gesamten tour und noch eine zwischenstation schauen wir wie es jetzt dann weitergeht so freunde der las ist hier auch gerade noch vorbeigekommen die beiden haben sie nicht allzu weit auseinander und was haben sie natürlich bekommen jeweils eine tasse von mir super danke dankeschön ganz aussichtbar so freunde mit rita kuse war ich in holland ja und mit klaus bin ich kurz mal in polen mal gucken ob ich hier so eine holzwindmühle für mein schatz sind ja gucke ich mal leute halt mich und klaus jetzt nicht verrückt aber wir haben uns jetzt auf dem polenmarkt daherkommt und ich probiere jetzt mal so ein polen schaschlik ja und schauen wir mal wie er schmeckt also ich mache mal ein spiel aber wenn wir schon mal dabei sind der micha muss erraten um welche sorte fleisch nicht handelt ich wesen tipp es ist keine katze und nein und hier ist noch mal statt verschweigen aber dazu ist fast zu zart keine ahnung sagt und schock mich nicht also ich schmacklich schwein und von der konsistenz hier geht es mittlerweile mit teamwerk weiter der las macht hier auch mit ja natürlich der mann mit den geilen holzbrettern ja kleine fettwanne was gibt es feines links mit ufer und ein bisschen hühnerbrust dazu und ein bisschen alles was so immer kühlschrank durchgefegt also hähnchenbrust hähnchen was sind das flügel oder haxen flügel flügel haxen ja schauen wir jetzt einfach mal wie es weitergeht ja der micha ist schon fleißig dabei zu schnippeln und einen guten grund weil ich habe in meiner grillhütte hier oben so eine wall of fame hätte ich fast sagen aber balken of fame an der stelle wo sich jeder evian darf der bei mir schon mal gegrillt hat da stehen schon mal nur fehler ein paar zum beispiel bobi von 0 30 hat verjessen deshalb muss der kerl hier auch noch mal vorbeikommen und ja micha ist gerade dabei micha was denn gerade schönes ich fülle hier gerade hähnchenbrüste mit väter mit chili nachher kommt noch der ufer ab drüber natürlich brauchen wir scharfes messer unser brett damit ich auch endlich mal sagen durfte und es wird dann schön gegrillt sehr schön also man könnte sagen das ist jetzt schon gefüllt das nächste seht ihr dann noch man könnte sagen einfach und lecker habt ihr eine ahnung ich denke nicht das ist ja auch schon aufgeschnitten das war das war der lars das war der lars der war da schon dran tatsächlich macht der ist der nächste raubt hier wird verrückt tischte leine deshalb kann man grill videos hat sich mal so normal an aber wenn man mal sieht unter welchen schwierigen bedingungen die stadt findet schon hier hat wird vor den raubt hier zu verteidigen ist schon hart und ja mein grad menschen ja bei mir daheim nichts anders die anrufe werden höher also wir machen den mal weg wie von zauberhand sind hier die hähnchenflügel reingekommen und mit wird schützen fangen wir jetzt mit denen an weil das ist jetzt im moment noch die sauberste sache tüte leer aber wir haben ja noch ein bisschen dann streuen wir gleich die hier noch ein was ist denn da vorne auf dem deshalb also was der geil ist da ist das selbe logo drauf wie auf meinem t-shirt ja zufälle gibt es im leben ja und hier wie auf lars ein t-shirt unglaublich unglaublich und mich hat so ganz verblüfft schön einreiben ich habe mir gerade gedacht ich werde ein lieben stadt dessen nein nur die hühnerbrüste wer sagt er immer abkommt von reiben dicke also stimmt aber ja ein wappen ein rubbeln werden sie wieder schimpfen weil man hähnchen auf dem holzbett gemacht haben wieso die flügel wieso da immer schimpfen weil sie keine ahnung haben muss ich mich für ernst kurz entscheiden es ist tatsächlich so dass immer wieder der fast aufgemacht wird wegen so einem quatsch wir sitzen jetzt wunderschön im tiefsten brandenburg grillen alle miteinander haben hier spaß und holzbrett ist a antiseptisch und b finde ich dass man so in grillvideos sind ja unterhaltungsthemen und manchmal werden die so kritisch betrachtet also gerade bei mich ein paar mal gesehen und bei einem vielen anderen bei mir hin und wieder hoch was für ein himmelschreiender blödsinn sich da teilweise sami rein wird also holzbrett das eine sonne nummer sehr geil ist auch immer mit gepökelten dingen die auf den grill kommen oder irgendwas mit bier oder so zu tun hat und das also ein himmelschreiender blödsinn ich kann muss eben sagen grillt habe spaß dabei und habe keine angst vor morgen wir leben gerade so seite wo jeder vor allem angst hat das ist ein blödsinn wenn wir es am grillen alle angst haben müssen folgen wie den quatsch hilft den leuten die angst verbreiten wollen aber nicht euch beim grillen von deshalb hört ihr für den quatsch lest euch so kommentare nicht durch das alles bullshit wichtig ist dass man gilt dass man spaß hat und dass wir jetzt hier weiterkommen ja machen wir so nach der kleinen ansprache ja ich habe dabei gewürzt durchgeknetet und dann können wir sie ausschlafen die grill draufhauen wir sind soweit jetzt liegt die panne da hinten drin wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt die wir dachten dass die flügel jetzt hier oben in die regale und die fett waren gut also wir haben uns alle so kleine fett waren gebastelt dass es nicht in den schönen grill rein sift sondern auf der fett waren bleibt also ich hätte jetzt direkt erst einmal unten angegrillt ganz kurz oder ich kann die händchen also du bist du kannst wenn du die jetzt unten angrillst ich kann sie auch direkt oben drauf legen wie es euch lieber von mir aus wachsen oben dann packen wir sind nach oben also das natürlich beide varianten richtig du kannst die guten angrillen und oben indirekt das ist wirklich der rei in die schmacks frage wo man jetzt mehr spaß daran hat ich glaube du willst sie tatsächlich auf der mann ja ich beides richtig und nicht falsch und ist schön im grill du kannst du gesagt so wie du wie du möchtest und so viele wege führen zum leckeren essen und ja so ein spaß mal wiederum ich gerade fast man die haare nicht mal gerade irgendwie sind über der kamera aus schlimm ja lass du hast du gleich hinter der kamera du siehst du nicht aber die hielt römer kurz unten an ich bin hier am suchen dran mit dem daumen ich denke warum ich das immer näher liebst du ja nicht tja leute reutlingen habe ich noch nicht die ganz große erfahrung mit dem grill da wird mir der klaus wahrscheinlich noch helfen dürfen sagen dürfen vorsprechen dürfen relativ entspannt die hitze kommt von hier unten irgendwo und geht nach oben also direkt der angebot auf den rost zu packen war schon relativ gut man kann so hoch auf der haube aber es dauert alles richtig gut ja von daher ist das schon so die variante und wir haben spaß wie immer so muss das sein machen wir dabei zu zwei drei vier fünf minuten wie lange brauchen wir bei dem dass wir sie einmal drehen können zucker 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 94 sekunden ok also ein trick ist wenn wir einen grillkino zeiten haben wir wirklich hört man die in die also wenn du beim grillkino zeiten und ich dann unterhalten willst dann ist hier die alte regel und zwar macht seine verfolgen wird und zwar guckst du einfach wie aussieht und wenn es gut aussieht dann ist so gut und ich finde wenn man sagen kann sieht das hier gut aus muss ich sagen da schon mal nicht so schlecht aber kann noch im moment und deshalb wissen wir jetzt genau so guten weg sind und vor allem wenn der mit aussieht musst du nicht hier oben drehen weil der wird ganz genauso aussehen was natürlich noch ganz wichtig ist außer einem scharfen messer und ein brett ist natürlich immer sein lieblingsgetränk in den meisten fällen bei euch glaube ich ja bier aber ihr kennt mich ja mittlerweile alles andere wäre jetzt auch eine enttäuschung gewesen ja klaus hast du probleme beim filmen der sie hier haben sie machen so bäuchten französer auf der einen seite glatt das sieht doch mal sehr schön aus wissen warum dich so entspannt vor sich geht weil du nicht so hoch gedreht hast weil wenn bräuchten so ja diese griller gibt es abliefert wie sie jetzt sind dann muss ich hier experte Die Gasflasche ist alle. Ich denke schon die ganze Zeit, irgendwie kommt da nicht viel Hitze. Wir denken auch, viel raucht ja nicht. Tja, Momente passieren im Leben und dann wechseln wir rasch die Gasflasche. Die ist tief entleert. Pups leer. Und Leute, was der Klaus uns bis jetzt unterschlagen hat, er hat auch Feuerlöcher dastehen. Du hast uns noch mehr unterschlagen? Was zum Beispiel? Jetzt kannst du es auspacken. Ich habe gesagt, ich mache jetzt mal ein paar schöne Gasflaschen drin. Weil ich mich bei den normalen Gasflaschen ärgere, die sind aus Metall. Guck mal hier bei der Autorküche drin. Da sieht man schon einen Rost dran. Das ist doch ärgerlich wie Sau, oder? Ja. Und es gibt jetzt hier, ich habe jetzt hier die Grillmösterflasche von Westfalengas, und die hat einen Plasterrand drunter. Wie geil ist das denn, oder? Wie viel ist da drin? 8 Kilo. Oh, wird wohl reichen. Ja, eine Weile. Bis es leer ist. Ja, bis es leer ist. Ja, danach drinnen wir halt weiter. Leute, ich habe hier noch ein Lost Places gebunden. Hier unten. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Das ist die neue Folge der Grilljunkie auf der Suche nach dem Bernsteinzimmer. Jetzt muss ich mal gucken, wie man hier die Taschenlampe anmacht. Taschenlampe. Helligkeit. 10 Prozent. 10 Prozent. Anwenden. Die leuchtet nicht. Leute, wir haben technische Probleme. Geht mal, ich kann kein weiter. Die flüstern ja alle immer, wenn sie an so Lost Places sind. Also, wir haben hier einen, ja, einen unterirdischen Bau gefunden. Leider kann man nicht viel erkennen. Aber vielleicht werden wir irgendwann einmal mehr darüber erfahren. Machen wir wieder zu. Während wir gerade unterwegs waren zu den Lost Places, ja, hat der Lars hier die Grillwache gehabt. Und wir sehen, sie sehen schon wesentlich besser aus. Ja, nochmal von der Seite ganz kurz. Und dann können wir sie auch oben in den indirekten Bereich legen. Es gibt ja Leute, die haben was gegen Grillen mit Gas. Aber wir haben es gerade probiert ohne Gas. Und ich muss sagen, mit Gas grillen ist irgendwie viel besser. Bleibst du stehen? Also, muss man nicht so machen, kann man. Dann hat man es halt wirklich wunderschön, längs rum. Das wird übrigens eine Sonderfolge beim Domino-Day. Mega. Klaus sagt, die sind gut? Ja, dann sind sie gut. Also, ich sag mal alle, was so aussieht nach braunem, glänzendem Essen, ist es in aller Regel gut. Und das Folgen würde ich jetzt so runternehmen. Ja, also die Flügelspitzen sind ganz normal. Nehmen wir es runter, tun wir essen. Kriegt ja nichts. So, Freunde. Ich habe sie jetzt runter geholt. Dabei in so ein Schälchen. Und hier drauf. Ich finde es ja wirklich gar nicht so blöd mit einer Folie, was du immer hier unten reinlegst. Da sieht man erst einmal, was da runterkommt. Und ja, wie geschützt der Rost ist und der Grill. Aber das machst du doch auch nur, weil du zu faul zum Putzen bist. Ja, selbstverständlich. Gut. Gehen wir zum Essen. Jetzt natürlich noch den obligatorischen Mittelschnitt. Kurz vor dem Probierrolle. Haha, er spritzt schon raus, der Käse. Na? Alles nach dem gültigen Versuch raus, oder? Ja. Und das Ding schiebe ich mir jetzt gleich in den Hals. Um Klaus seine Worte zu verwenden. Wenn ich schon da bin, erinnere ich die hohle Birne. Sag ich sowas? Ja, das sagst du immer. Und dann schmatzt du uns immer eins vor. Ich kann ja synchron schmatzen. So ungefähr. Mh. 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 Aber heiß wie immer. Mh. Mh. Muss sie ja gelingen. Leute. Wir sehen uns nachher nochmal kurz ein Fazit. Äh, Klaus, die wollen dich auch schmatzen sehen bei mir auf dem Kanal. Mh. 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 und ein drittes fazit da kann man nicht so sagen ist einfach nur lecker ja leute ob es jetzt noch was gibt muss ich jetzt erst noch abklären ansonsten in ein paar minuten minuten nach essen das mache ich daheim auch ab und zu ach las die scheiben macht man nicht sauber die brennen von selber sauber die macht man noch mal gar nicht sauber die brennen von selber wieder frei aber leute er hat der hier der da hatten putz für mich das habe ich schon mitgekriegt richtig aber was viel wichtiger ist jetzt sehe ich dieses ding hier auch mal in aktion und ich bin ja gespannt ob das hier wo nach allen seiten offen ist wirklich spürbar erwärmt ich persönlich habe mir das bis jetzt noch nicht wirklich vorstellen können es ist soweit ich habe mich ja auch verewigt da darf sich jeder so freunde kommen wir noch zum fazit des heutigen abends wie es anfangs schon gesagt habe eine sehr geile location chicken wings waren hervorragend die brust mit dem feta käse mit dem chili feta käse war hervorragend klaus der mann was genauso am handy spielt wie andere leute ich weiß nicht was du meinst naja ok danke dass ich da war da sein durfte es mir eine freude dass du gekommen bist weil der weg war ja wirklich nicht nah und ich finde das schön wenn ich immer nicht nur alleine grünen muss also ich muss ganz ehrlich sagen insgesamt 400 kilometer umweg 200 kilometer hoch 200 kilometer runter weil man die zwei tage eben getauscht haben aber ist mir scheißegal war mir eine freude lasi boy auch danke dass du heute noch mal her gekommen bist gerne für dich er war nämlich schon kurz mal da und für dich immer gern genau und nehmt euch das zimmer ne so weit bin ich habe meinen schatz daheim wo ich dann morgen wieder bin gut leute das war's mit tag den schatz muss übrigens auf ganz viele grüße ausrichten und vielen dank an der stelle dass du mich hier erst losgelassen und an der stelle muss ich mit dir schimpfen dass er nicht mitgekommen ist weil das wäre natürlich noch besser gewesen wenn er hier im doppelpack geschlagen wird aber ich denke mal das kriegen wir früher oder später mal hin hoffe ich doch ja gut das war's mit video tag 9 tag 10 wird dann kurz auf der heimfahrt der zwischenstopp den ich noch einlege und dann Fazit der gesamten tour so leute noch der kurzen nachtrag habe ich vorher vergessen wir haben ja den angeheizt also ich muss sagen so in ein meter eineinhalb meter entfernung ja ist hier richtig kuschelig warm und wir hocken hier jetzt noch ganz genüsslich in der runde und im moment bin ich bloß auf cola umgestiegen aber da hinten steht noch 43 also das war's aber jetzt für dieses video